Jetzt nochmal ein schnelles Unboxing. Hat Loki ein bisschen gedacht, ob es angekommen ist. Abendlich sind sie da. Einmal Tier Cap. Zweimal. Dann schwarze Cap. Dann die Blumen Cap einmal. Und dann die schwarze GG Cap. Und zu guter Letzt die Pinky Cap noch einmal. Die ist einfach wow. Die Gucci Cap sehe ich hart. Schreibt mir einfach und dann gleich euch.